Leute, jetzt bin es. Ja, ich habe hier die Rotten. Letzt lesen wir die Schuftrolle. Das ist die Parte. Einsamkeit ist dort unter der Autoschrift drin. Unser Ziel ist... Ja. Okay. Okay. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Keine Sorge, ich fühle mich. Es fühlt sich gut an. Ich konnte es in euren Augen. Und Aureels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Sie ist eine Gottnahme. Dann ist es fast vorbei. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Was wüsst ihr euch nicht? Nicht schief. Soweit ich weiß, wurde er... Soweit ich... Es heißt, der Bogen bezieht. Das weiß ich nicht. Hoffentlich erklärt es sich von selbst, wenn wir in seinem Gesicht... Und da sind die mit einem Pferd, mit einem Monster. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin ein Pferd. Das weiß ich nicht. Ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Was? Das war's für heute. Also heute, ja, bald kommt eine Ausbevonsteine, aber dafür kommen dann ein paar andere Next Days, so wie Minecraft kommt dann bald. Und das ist dann die letzte Räume für diesen Start. Ich mach auch nichts weiter, also wir sind dann dort wie wir beim letzten, also... Ich mach auch nichts weiter oder so ein Scheiß, das sowas mache ich nicht. Was man ausprobieren will bei dem Bild. Alter! Stromleitung. So, ist auch das fertig meine Lieblingswaffe. Ja, damit wird es mein Lieblingswaffe. Sonst hier kann man die Grenze ziehen. So, direkt dort. So, ich mach auch nichts mehr weiter. Hier ist... Abruf. So, es geht dir weiter. Ja, Leute, dann will ich sein und rauch das mit dieser... Nee, weil es wär doch nicht, die Folge sind dann Sommer. Ja, weil sich diese Staffel fang nicht vorbei, aber ne Sommerpause. Als wenn auch bald keine Folgen mehr kommt, das ist nur, weil ich's Pause mache. Aber ich versuche immer, ein paar Feuillen schon mal herzustellen, also ich dann bei der Pause dann programmieren kann. Na ja Leute, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, ciao. Ne, hehe, hör auf ja aus, das ist dann soweit. Warum ist schon immer aufhören, ey? Na ja, wir müssen ja hier hin. Geht's hier hin, geht's hier hin. Na ja, wir machen jetzt erstmal... Wir machen ein bisschen Kacke. Weil das ja die letzte Folge ist, können wir ja ein bisschen Spaß haben. Wir speisern dann noch und dann räumen wir mit unserem Stabmarmilan ein bisschen Ärger in der Stadt. Dann töten wir erstmal alle, alle die wir können natürlich. Wir töten dann so gesagt die ganze Stadt wacker. Wir speisern davon und dann greifen wir erstmal alle an. Dann sehen wir wie lange wir überleben. Jetzt guck dann auf die Uhr, wie lange wir überleben, wenn wir die ganze Zeit nur kämpfen würden. Wenn die ganze Stadt kämpfen, ey. Dann sehen wir wie lange wir überleben. So, jetzt sind wir hier. Jetzt tagt, somit ist auch schwieriger. Also daher... Das machen wir jetzt immer... Wir machen auch manchmal Ärger. So. So, wir sind aufgestiegen. Jetzt haben wir... Das und der kann alles passieren. So. Dann stimmt es also, was man sich erzählt. Im Weißlauf hatten sie einen Drachen gefangen und ihr haben ihn befreit... Das geht jetzt. Woher seid ihr gekommen? Dann nicht. Das fast dann? Ich hab nur gespeichert gehabt. Einfach wieder. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich hatte nur das schon. Danke. So, jetzt wird der Wandel aus. Jetzt geht es jetzt erstmal auf ein Wandelkir. So, jetzt wird der Wandelkirchen. 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 So, jetzt geht's weiter. So, jetzt wird der Wandelkirchen. So, jetzt wird der Wandelkirchen. So, jetzt wird's die Wandelkirchen. Sollte es müssen wir auch wieder soarren. Ah. Prost, Bruder! Kommt her! Damit habt ihr wohl nichts gerechnet! Ich kann euch nicht besiegen! So, Leute, wir haben es fast geschafft, ey! Wir haben auch sehr lange durchgehalten, Leute! Also, Leute, das war diese Folge mit Skyrim und auf Wiedersehen, tschau!